happy birthday to you herzlichen Glückwunsch an alle heute Geburtstag und herzlich willkommen bei Wettbewerb Gamble ich spiele euch in der Mech-Arena heute ist Mittwoch und ich werde spielen Wettbewerb wie viele Karten habe ich noch 13 ok das passt gut dann bis gleich ok ein bisschen spät play gedrückt aber egal das passt schon es ist mal kein FFA es ist diese Woche 5 gegen 5 schnell zurück so 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 Nein, keinem mehr zu tun, man. Ok, der ist weg. Jawoll, drei Finger, wie ist der? So, weiter geht's. Was machst du denn hier? Lauf doch nicht so hin und her. Och, nee, hat er mich erwischt. Ok, let's go. Ok, hier. Oh, mein Gott. Okay. mhm, mhm, mhm Es wird aber knapp hoher. Lass mich doch hinter dein Schild. Verloren war ich ja noch nicht ganz verloren war nur eine von drei hunden das heißt wir müssen uns jetzt ein bisschen mehr anstrengen Okay. Ok Ok Das ist mir Ja, eine Unterstützung. Endlich. War leider ein Kill. Ich brauch ja nur Unterstützung und keine Kills. Die gewinnen noch. Kleiner Leak. Oh nein. Unentschieden. Na gut, egal. Sieben Kills und drei Unterstützungen. Ich brauch mehr Unterstützung mit ihnen. Weil das ist ja meine eine Quest. Und was heißt Quest? Mein Erfolg. Habe so und so viel Unterstützungen mit ihnen. Naja, egal. Schauen wir mal an, wie die Gesamtwertung ist. War ich der zweitbeste? Der beste? Oh, der hat auch so viel Kills. Na egal. Gut. Dann bis gleich nächste Runde. Oh, die zweite Runde geht los. Oh, ich hab einen Berserker bei mir. Ach, das war Falsche. Na egal. Machen wir mit dem mal weiter. Ach, ich hab den Spiel erwischt. Oh, der schießt auf mich. So, der Spieler ist weg. Nachladen. Jawohl, Unterstützung. Ach, mit dem bräuch ich keine. Den bräuch ich die Kills. Ach, jawohl. Ach, jawohl. Nein. Was war das jetzt? Fünfmal daneben schießen? Nicht ganz. Aber. Auf jeden Fall daneben geschossen. Acht, acht. Jawohl. Ah, schon wieder. Verzogen. Okay. So, jetzt gehen wir zu dem. Zu dem hier. Mit dem war ich stehen geblieben. Äh. Problem. Auch wenn ich mich ein bisschen verschnupft habe. Ich werde doch nicht krank. Was ist denn nur? Hä? Ich glaube, mit dem brauche ich nur noch 100 Kills oder so. Dann habe ich den Erfolg. Keiner da. Keiner da. Boah. Ich treffe nicht. Oh, ja. Okay. 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 noch und ein Schuss Dankeschön, dass du mir geholfen hast. Ja, gewonnen. Hm. Gleich spiele ich mal mit der Artillerie, aber zuerst muss ich noch mein Lanza spielen und danach mein Paragon. Bis gleich. Ich muss noch Werbung anschauen. Die nächste Runde geht los. Jetzt spiele ich erst mal mit dem Lanza und wenn der stirbt, kommt die Artillerie dran. Hippiii. Okay, mit dem mach ich nicht viel Schaden. Genau. Einmal wieder hoch. Oh! Okay, jetzt kommt die Artillerie. Ich glaube, die Runde werden wir verlieren. Und, ja, eingetroffen, nice. Oder zwei getroffen, aber einen so richtig. Nipp, das war nichts. Bleibt er stehen. Okay, wieder eingetroffen. Jawohl, ich habe einen Kill. Ah, ganz knapp. Ist er drunter, oder? Ja, drunter. Mist. Andere Seite, der eine Kamm ist zu nah. Da steht er nur drum rum, also der ist wahrscheinlich AFK. Dann ist er jetzt, er wäre jetzt beider tot gewesen. Aber ich nehme jetzt lieber den wieder. Ich habe alle einmal gespielt. Das ist gut, wenn ich seine Fähigkeit einmal ins Sand setze. Zwei Sekunden später ist sie wieder freigeschaltet worden. Zwei Sekunden später wird sie wieder freigeschalten. Boah. Eins, eins. So, der Spieler ist gefährlich. So, der ist so auf einmal. Oh Ok, die Mine liegt da unten, da gehen wir nicht hin. Oh, der hab ich verloscht. Ach, nein, wir verlieren, na, wir haben verloren, das haben wir verloren. Ah, erster Unentschieden, zweiter Sieg verloren, war alles dabei. Ach, nee. Schauen wir uns noch mal alles an, was da so steht. Dritter Platz nur, oh, das war nicht gut. Na gut, egal. Guck mal, die beiden waren doch schlechter als ich. Oh, haben die mehr Punkte? Ok, der eine zumindest, da hab ich den gehabt. Das heißt, ich bin auf dem sechsten Platz, oh, nein. Egal. Dankeschön fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020